Hallo liebe Musikgemeinschaft, wir von der Musikkapelle Ebratshofer wollten eigentlich bei so einem traumhaften Wetter wie heute unser Musikfest im Juli machen. Das wird leider nichts, darum sind wir heute da und reißen unseren Festwagen ab, weil den brauchen wir leider noch mal. Viel Spaß dabei! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020